Sie sind Unternehmer, Selbstständiger oder Freiberufler, dann wissen Sie genau, ohne Neukunden oder überhaupt ohne Kunden kein Gewinn. Aber was ich immer wieder feststellen muss im Internet, wird sehr, sehr viel Energie auf die Neukundengebindung gelegt. Überall sieht man, liest man, hört man, Sie müssen Neukunden gewinnen, Neukunden gewinnen, Neukunden gewinnen. Das ist natürlich richtig, weil ohne Neukunden kann ein Unternehmen nicht wachsen. Aber Bain & Co. hat herausgefunden in einer Studie, dass es viel einfacher ist und vor allem preiswerter, bestehenden Kunden etwas zu verkaufen. Deswegen rate ich Ihnen, verkaufen Sie doch Ihren bestehenden Kunden immer wieder etwas. Sie haben neue Produkte, die Sie rausbringen. Sie haben Produkt-Updates, die Sie machen können und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten im heutigen Zeitalter der sozialen Medien, des Internets sind so vielfältig und einfach, dass man die Kundenbindung automatisieren kann. Machen Sie es doch auch, wie viele unserer Partner, unserer Kunden und automatisieren Sie den Prozess Ihrer Kundenbindung. Und Sie werden sehen, Sie werden allein dadurch auch neue Kunden gewinnen, weil Ihre bestehenden Kunden Sie sogar weiterempfehlen werden. Ist das nicht toll? Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Bis bald, Thomas Kleitz. Aufmerksam. Aufmerksam. Untertitelung des ZDF, 2020